Und das, was du meinst, ist die Schraube, die fehlt. Alter Schwede. 41 Meter nach unten. Oh, nachher werden wir noch angefressen. Ah. Oh, nachher. Klar, das ist ein Ratsch gewesen, Mensch. Och, Leute, das war eine stinknormale Ratsche. Lässt er mich hier nicht hoch? Nein, er lässt mich da nicht hoch. Hier? Auch nicht. Was macht das ganze Stahlzeug hier drin? Sehr mysteriös. Ah, macht Spaß. Mit ein bisschen Stock ohne Brot. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Erklär doch mal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Was ist das für eine Übersetzung? Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Okay, kurz, kurz anhalten. Als erstes ist das ein Innenborder, kein Außenborder. Als zweites war das ein Ratsch. Und als drittes haben wir gerade mit einem Ratsch am Öldeckel rumgemacht. Was ist das für ein Ratsch am Ratsch am Ratsch am Ratsch am Ratsch am Ratsch am Ratsch? Ja, ja, ist gut jetzt. Was wir brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Triff Sidra und verlasse die Höhle. So, können wir jetzt unsere Waffen... Oh nein, neue Anleitung, Brandpfeile, aber geil. Schön! Hallo? Jason, ich hab oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Barth hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Barth. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Sidra! Du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Sidra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Wo bin ich da nur reingeraten? Schon? Da ist eine Kiste. Eifetisch. Alter Schwede. Also die Übersetzung ist wirklich schlecht. So. Wir gucken mal, wo wir sind. Wir sind eigentlich... Genau. Ganz links sind wir. Und wir müssten eigentlich wieder hier runter. Wollen wir mal schon mal fahren. Da würde ich gerne hin. Wir müssen aber jetzt... Wo ist denn jetzt hin? Alten Marken. Da müssen wir noch was erledigen. Hier müssen wir noch was erledigen. Scharfschützen Herausforderungen. So von Term. Und da unten eigentlich auch. Und da ist Sidra. Das heißt also, was wir jetzt machen... Wir flattern jetzt erst einmal... ...darüber. Weil wir müssen den Turm aus... Aus... Ausmachen. Anmachen. Ausmachen. Je nachdem wie man es sieht. Da ist noch was Grünes. Ja, Timmy ist da. Timmy ist gut. Alles gut, Timmy. Fällt mir gerade auf. Wir brauchen da drüben ein Boot. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Oh, da ist er schon. Dann können wir doch hier landen. Praktisch. Hatte ich hier nicht einen Aufsatz drauf? Eigentlich schon. Timmy. Timmy. Hör auf. Reicht jetzt. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Shit. Das funktioniert. Was? Da geht's weiter. Timmy, hör auf jetzt. Psst. Schon sind wir hier oben? Na komm. Ah, da ist ein Boot. Da waren wir schon. Und da müssen wir hin. Da müssen wir hin? Okay. Da ist ein Boot. Übergabepunkt. Alles klar. Da ist ein Buggy. Und da hinten will ich hin. Da will ich hin. Ja, wir haben viel gratis gekriegt jetzt, oder? Oh shit. Ganz einfach. Ja. 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 Das klappt doch. Ja. 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 Nein, 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 nein. Schmeißt doch nicht meine Waffe weg. Da ist noch grün. Was ist das? Was ist das? Was ist der Ausgang hiervon? Jetzt laufen wir gerade wieder in die andere Richtung. Ach wie geil ist das denn? Das ist der Ausgang den wir vorher nicht gesehen hatten. Genau. Ach wie geil. Okay gut, da brauchen wir nicht hin. Die sind jetzt gerade angekommen. Habe ich da eben nicht was gehört? Seit wann regnet es? Ist ja cool. Endlich regnet es mal hier diesen Puff. Aber wir brauchen das Schiff. Das Schlauchboot brauchen wir. Wo ist mein Schlauchboot? Scheiße, haben sie das Schlauchboot mitgenommen? Muss ich jetzt da selbst rüberschwimmen oder was? Okay, wir speichern hier. Dann können wir hier drüber schwimmen. Was soll der Geiz? Scheiße. Ich bin leuer mit dem Schlauchboot. Was soll ich das? Die Frage ist, wo geht's hier hoch? Das war doch auf der anderen Seite. Ah, da! Was? Achso, Bienenkorb, ja. Uh, da geht's runter. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Cool. Ha 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 ha. Oh. Hmm? hmmm So, jetzt nix mehr rüber Beim letzten Marathon hatten wir auch keine Qualen im Wasser Cool Ach, Quatsch Ich schmeiße schon wieder die Waffe weg Okay Das hätten wir hier unten Wir müssen jetzt da rüber Also Boot klauen Und ich würde sagen Wir flattern da hin Dankeschön für euer Boot Aber nein, ich nehme das an Ja, ja, alles gut Stimmt, hier unten war man noch gar nicht Ich bin der Zeit Nix machst du. Was denn hier passiert? Was denn hier passiert? Sehr mysteriös. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Da sind wir. Alles klar. Nordblick Tankstelle. Hier müssen wir noch hin. Da müssen wir noch ein bisschen was erledigen. Alles klar. Gehen wir mitten durch. Ach komm. Hm. Geht der aufs Huhn los? Grüne Blätter brauchen wir immer. Grüne Blätter ist Gesundheit. Achju. Genau. Das müssen noch mehr als zwei Mann sein. Oh fuck. Egal. Oh shit. Holt die Verstärkung schon. Wir sind in einer halben Minute da. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist sie? 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 Perfekt, dann macht mal, eine neue Rennliga, ein neues Pokerspiel, eine neue Speicherkarte, die ist wichtig, so wir hatten eigentlich eine Waffe gekauft, die da, ach so, entweder oder, das ist doch scheiße, okay, dann lassen wir das so, ich habe gedacht, da könnten wir Rotpunkt und sonst was drauf setzen, aber dem war nicht so, ist doch gut, alles gut, ist das geil, Was ist da unten los? Oh, schön, so, wo müssen wir hin? Wir müssen da rüber und hier haben wir das Boot, das ist perfekt, und hier haben wir die Flucht, die Flucht ausschneidenst. Und ich weiß nicht, wir können die Flucht verlangt. diese Flucht wird dann nachgedrückt, die Flucht fliegekundig werden kann, und schluss mit dem aufzuhalten. in der Flucht entspricht, das ist nicht ungelang glass sane, Das ist eigentlich fast zu perfekt, oder? Ja, wir wissen leider Gottes nicht, wie es hier aussieht. Noch nicht. Ja, wir wissen nicht. Ja, wir wissen nicht. Ja, wir wissen nicht, wie es hier aussieht. Wir wissen nicht, wie es hier aussieht. Ja, wir wissen nicht. Wow. Wow. Ja, wir wissen nicht. 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 Ja, wir wissen nicht.